Wir sind in Berlin Köpenick, es hat hier seit dem Herntag nicht mehr geregnet. Jetzt regnet es gerade ein bisschen, kann man so sagen. Die Straßenbahn kann nicht mehr fahren. Wie man sieht, Bahn sinkt ja. Die Straßenbahn ist ganzчно. Aus der Zwischenfischung zu konsemieren. Nur am Tag ist das in der Zwischenfischung. Also wenn die Straßenbahn nicht mehr in der Zwischenfischung ist, gehen wir. Ja!